Stark zu machen und sinnvoll zu machen, dass Leute einfach nicht in Massen abgehangen werden, dann haben die da drüben oder die dort drüben gar keine Chance mit ihren unlogischen Erklärungen, weil dann Leute einfach in einer Gesellschaft leben, wo sie sagen, ja, es ist okay, aber solange wie wir in einer Gesellschaft leben, wo so viele Menschen so viel Angst haben und nichts verstehen, was da einfach passiert, kann man auch mit dummen Messages Leute fangen. Also, in diesem Sinne, ich widme das Stück meinem Opa, der heute bestimmt zuguckt und stolz ist darauf, dass wir alle hier sind. Los geht's. Dietrich war Familienvater. Dietrich war der Fahrer von einem roten Golf. Dietrich hat immer so gefiffen. Dietrich hat Onkel Martin immer so verprügelt. Dietrich war einer von drei Brüdern. Dietrich, Martin und Christian. Und obwohl die drei in Nazi-Deutschland aufgewachsen sind, haben die zu Hause eine ganz andere Erziehung genießen dürfen. Ihr Vater war nämlich Pastor in Königs Wusterhausen und der hatte sich schon immer gegen die Nazis stark gemacht. So sehr sogar, dass er irgendwann Berufsverbot bekommen hat. Und trotzdem ist 1939 der mittlere Bruder Martin und trotzdem ist 1939 der mittlere Bruder Martin zur SS gegangen. Der war ein Opportunist. Seine Mutter hat immer gesagt, er habe nur die falschen Freunde. Auf jeden Fall war die Sorte Typ, wenn man zu dem gesagt hat, stillgestanden. Dann war der Steufchenbrett. Und als man dem Kruppstahl befohlen hat, da hat er plötzlich angefangen, sich wie eine Maschine zu benehmen. Keine Gefühle mehr, nur noch, nur noch, nur noch Härte. Und als dann rechte Winkel angesagt waren, da hat Martin einfach mal angefangen, sich zu verbiegen. Bis der mehr rechte Winkel in seinem Körper entdeckt hat, als er selbst jemals gedacht hätte. Der wusste nicht warum, aber der wollte auch gar nicht wissen, warum. Das war Martin, der mittlere Bruder. Der älteste von den dreien war Christian. Und Christian war der Vorbildliche, der Strebsame. Der wollte später mal Medizin studieren. Und der hat immer auf seine beiden kleinen Brüder aufgepasst. Wenn die zusammen gespielt haben, dann war er der Chef. Wenn er zu seinen Brüdern gesagt hat, rennt, dann sind die gerannt. Hallo. Links. Rechts. Runter. Dann lagen die mit ihren Gesichtchen im Dreck. Und keiner hat ein Geräusch gemacht. Schießt. Und als Christian 1943 von der Wehrmacht eingezogen wurde, da hat er bei der Wehrmacht auf seine Kameraden aufgepasst, so wie er vorher auf seine Brüder aufgepasst hat. Der war der geborene Anführer. Wenn der einem gesagt hat, man soll was machen, dann hat man es gemacht. Und zwar nicht, weil man musste, sondern weil man dem vertraut hat. Wenn der zu seinen Kameraden gesagt hat, rennt, dann sind die gerannt. Links. Rechts. Runter. Dann lagen die mit ihrer Schnauze im Dreck. Und keiner hat ein Geräusch gemacht. Schießt. Puh. Rennt. Schießt. Rennt. Schießt. Rennt. Schießt. Rennt. Schießt. Rennt. Schießt. Der hat nicht für Nazi-Deutschland gekämpft, sondern für die Menschen, die ihm wichtig waren. Der hat auf seine Kameraden aufgepasst, so wie er vorher auf seine Brüder aufgepasst hat. Zumindest hat das seine Mutter immer so gesagt. Und Mütter haben immer richtig. Also, das waren Martin, Christian und der Jüngste von den dreien war Dietrich. Und Dietrich, der hat zu seinen beiden großen Brüdern aufgeschaut. Das waren seine Vorbilder. Ein Wehrmachtskriegsheld, ein SS-Offizier und ob die drei Nazis waren, keine Ahnung, aber Dietrich folgte seinen Brüdern in den Krieg und landete am Ende in Kriegsgefangenschaft. Und danach kam der in ein Deutschland zurück, was völlig, völlig anders war, als das Deutschland, das er kannte. Es dauerte Jahre des Wiederaufbaus, Familiengründung 50er, Neuorientierung 60er, Aufarbeitung 70er, bis 1982 sein erster Enkel geboren wurde. Ich. Und warum erzähle ich euch das Ganze? Ich erzähle euch diese Geschichte, weil mein Opa Dietrich mich nie hat spüren lassen, dass ich nicht weiß bin oder schwarz oder wie man das sagt. Und deswegen weiß ich, Menschen können sich ändern. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Danke, dass ich sprechen durfte. Machen wir es besser in den nächsten Jahrzehnten, als wir es in den letzten gemacht haben. Ciao. Machen wir es besser in den nächsten Jahrzehnten. Vielen Dank. Ganz schön. Vielen Dank. ning. Vielen Dank.